Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Abendgemeinde hier in Hannover und alle, die uns jetzt begleiten über den Livestream oder die das dann in den nächsten Tagen hören werden bei YouTube. Schön, dass wir auf diese Weise hier verbunden sind am Ende dieses Marathon Sonntags in Hannover. Wir haben jetzt hier 18.20 Uhr, also ich denke inzwischen dürfte der letzte Teilnehmer des Marathons die Ziellinie erreicht haben, vorausgesetzt, dass er nicht während des Rennens ausgestiegen ist. Bei der Tour de France gibt es ja dann immer noch diesen Besenwagen, der hinter dem Feld herfährt und die Fahrer, die nicht mehr in der Lage sind, das Rennen fortzusetzen, dann mit ihren Rädern aufnimmt, sodass gewährleistet ist, dass jeder zur nächsten Station kommt. Beim Marathon ist das wahrscheinlich nicht so üblich. Aber das muss ein erhebendes Gefühl sein, wenn man dann über die Ziellinie kommt und das sogenannte Finisher-Trikot dann überstreifen kann nach 42,195 Kilometern und dann gilt man offiziell als Finisher, also als Beweis dafür, ich habe durchgehalten und ich bin angekommen. Der Apostel Paulus, dem die Christen ja ganz entscheidende Dokumente verdanken, der hat das Leben als Christ oftmals mit Vergleichen aus dem Leistungssport beschrieben. Das hat es ihm irgendwie angetan und ein Text von Paulus passt zu unserem Anlass heute zum Marathon-Sonntag in Hannover besonders gut und das ist der Brief von Paulus an die Philippa, also eine Gemeinde in Griechenland im dritten Kapitel Vers 13 und 14. Da schreibt Paulus, wie gesagt, unser Thema heute, das Ziel im Blick der Marathon deines Lebens. Das Ziel im Blick der Marathon deines Lebens. Da schreibt Paulus folgendes, Philippa 3. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Als Paulus das schreibt, im ersten Jahrhundert nach Christus, so roundabout 62, 63 nach Christus, Da lag der legendäre erste Marathon, den ein Siegesbote von Marathon nach Athen gelaufen sein soll, schon 500 Jahre etwa zurück. Als olympische Disziplin wurde Marathon jedoch erstmals 1896 eingeführt, damals sehr passend ausgerechnet zu den Olympischen Spielen in Athen. Allerdings Langstreckenläufe dürfte der sportinteressierte Apostel sicherlich auch schon gekannt haben, obwohl es damals Marathon noch nicht als Wettkampf gewissermaßen gab. Und Paulus war auch bewusst, dass man für einen Marathonlauf eine gründliche Vorbereitung braucht oder überhaupt für einen sportlichen Einsatz. Paulus schreibt das in seinem Brief an eine andere Gemeinde in Griechenland, an die Gemeinde in Korinth. Das schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24. Und er ließ sich dort wie ein Coach, wie ein Leichtathletiktrainer. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Laufen verlangt Konzentration, Vorbereitung. Und in den Fachzeitschriften finden Sie detaillierte Trainingspläne, wie man sich über Monate hinweg auf diesen großen Tag des Marathons vorbereiten kann. Als Faustregel gilt, man braucht 16 bis 20 Wochen gezielter Vorbereitung. Und auf der Homepage von ASICS habe ich folgende Richtlinien gewissermaßen gefunden. Also was man alles als Vorbereitung bedenken muss. Sie halten sich allmählich mit kürzeren Läufen für drei Tage pro Woche fit. Also mindestens drei Trainingsläufe pro Woche dann weiter. Mindestens einmal pro Woche führen Sie allmählich steigern, längere Läufe aus, die sich auf eine Entfernung schließlich zwischen 26 und 32 Kilometer aufbauen. Also kurz vor dem Marathon immer Läufe in diesem Bereich um 30 Kilometer rum weiter. Sie mischen einige Konditionsaktivitäten ein, wie zum Beispiel Bergsprints. Normalerweise planen Sie zwei bis drei Ruhetage pro Woche ein, an denen Sie Ihren Körper erholen und regenerieren können. Schließlich ist es üblich, andere Übungen wie Crosstraining, Radfahren, Hanteln, Schwimmen in Ihre Trainingswoche aufzunehmen. Und in den letzten drei Wochen vor dem Marathon reduzieren Sie dann das Laufpensum, um sich auszuholen. Und dazu kommt natürlich die richtige Ernährung, Speisepläne. Wer das alles durchhalten will, der braucht vor allem eines. Das Ziel im Blick. Und das hält man nur durch, wenn man weiß, wofür. Nun, bevor Sie mich fragen, sage ich lieber gleich, dass ich noch keinen Marathon gelaufen bin. Mein größter leichtathletischer Erfolg bleibt bis heute Vize-Bezirksmeister über 1500 Meter, aber das war noch als Jugendlicher. Okay, aber die Sportart Marathon ist natürlich faszinierend. Für den Zuschauer, auch für den Zuschauer, der nicht mitläuft. Und doch, trotz aller Dramatik, bleibt es eine Spielerei. Es ist nicht lebensentscheidend. Also wenn einer in Hannover rausgeflogen ist, dann kann er es zum Beispiel am 7. Mai in Magdeburg wieder versuchen. Ein kleiner Tipp. Oder wenn Sie das vorziehen, am 5. November in New York. Und da drängt sich natürlich die Analogie zum Lauf unseres Lebens auf. Wir alle haben ja schon Lebensläufe schreiben müssen. Anders als beim Marathon allerdings, haben wir da keinen zweiten Versuch. Unser Leben kann nur einmal gelebt werden. Natürlich gibt es immer wieder eine zweite Chance. Also man kann scheitern und trotzdem wieder aufstehen. Ja, manchmal erweist sich eine Niederlage sogar als Ausgangspunkt für einen größeren Sieg. Das haben schon viele erlebt. Also ja, zweite Chancen, die gibt es. Aber unser Leben läuft derweil immer weiter. Unser Leben besteht eigentlich aus vielen Kurz- und Mittelstreckeläufen. Und wenn man unser Gesamtleben dann als Marathon versteht, das ist ja unser Untertitel, der Marathon deines Lebens. Wenn man unser Gesamtleben als Marathon versteht, dann wissen wir nie genau, auch wir hier nicht, wie viel Prozent der Strecke eigentlich noch vor uns liegen. An welchem Kilometer von diesen 42,195 Kilometern wir inzwischen angekommen sind. Gestern wurde mein vierter Enkel geboren. Da liegen noch fast 100 Prozent vor ihm. Am selben Tag habe ich einen früheren Lehrer getroffen, der inzwischen 80 ist. Der befindet sich schon am anderen Ende dieser Strecke. Aber jeder von uns hat sein Leben nur einmal. Und darum kommt so viel darauf an, auf welches Ziel dieses eine Leben zuströmt. Und darum lohnt es sich, dass wir uns heute Abend die Zeit nehmen, ernsthaft darüber nachzudenken. Das Ziel im Blick der Marathon deines Lebens. Es wäre ein interessantes Projekt im Zielbereich eines Marathons. Kann man ja beim nächsten Hannover Marathon mal überlegen. Also nachdem man natürlich den Läufern genug Zeit gegeben hat, durchzuschnaufen, den Puls wieder runterzufahren, jedem der Läufer zwei Fragen zu stellen. Die erste Frage könnte sein, was ist dein nächstes Ziel? Und vielleicht wird dann mancher sagen, der nächste Marathon oder erst mal Urlaub machen oder möglichst schnell nach Hause fahren. Was ist dein nächstes Ziel? Die zweite Frage wäre noch spannender. Sie müsste lauten, was ist dein großes Lebensziel? Worauf hoffst du, wenn du einmal den Zielstrich deines Lebens erreicht hast? Die Antworten dürften, denke ich, individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Einige werden in dieser Situation dem Frager wahrscheinlich nur einen Becher Wasser über den Kopf gießen, weil sie ihre Ruhe haben wollen. Dann andere, vor allem die Profis, werden sagen, Ruhm und weitere Erfolge, das ist mein Lebensziel. Oder eine glückliche Familie gründen, wäre ein schönes Lebensziel. Ein Haus im Grünen zu haben, vielleicht auch die Welt zu verbessern, soziale Notstände zu lindern. Und wieder andere würden wohl sagen, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Nun, das klingt gut, aber irgendwann muss ich ja trotzdem wissen, wohin mein Weg mich führt und was dann aus mir wird. Die meisten genannten Ziele werden sich irgendwie, um beim Marathon zu bleiben, zwischen Kilometer 10 und Kilometer 40 bewegen. Die meisten der genannten Ziele. Noch spannender aber wäre die Frage nach Kilometer 42,195. Wenn der Marathon wirklich auf die Ziellinie geht, was ist das Ziel dann? Was haben wir zu erwarten? Das Ziel deines ganzen Lebens, nicht nur ein Zwischenziel, sondern das große Endziel. Und dabei gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Die einen sagen vielleicht auch mit dem Erreichen der Ziellinie ist alles vorbei. Alles aus, alles Schluss. Nicht mehr interessant. Nun, beim Marathon wäre das ziemlich absurd. Ich laufe dem Zielband entgegen, falle um und bin weg. Andere Möglichkeit wäre, dass man sagt, ja, dass es irgendwie danach weitergeht. Aber wenn das so wäre, dann wüsste man natürlich gerne, was kommt. Und ob man sich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten und darauf einstellen könnte. Und nun wissen Sie ja, dass Sie sich hier auf einer kirchlichen Sitzgelegenheit befinden, also in einem christlichen Gottesdienst. Das ist deutlich geworden. Und seit 2000 Jahren ist es das Markenzeichen der christlichen Kirche, Auskunft über die Ziellinie zu geben. Das ist eigentlich unser Job. Auskunft über die Ziellinie. Es ist nicht unser einziger Job. Also zu den frühen Kilometersteinen davor bis Kilometer 41, 42, da sollten wir als Kirche Jesu Christi auch etwas zu sagen haben. Ganz am Anfang zum Beispiel, dass die Kinder von Anfang an eine besondere Würde besitzen und dass auch die Babys im Mutterleib von Gott schon als Ebenbilder, Ebenbilder Gottes gewürdigt werden, wie die Bibel sagt. Und nicht erst ab dem Moment, wo sie den Mutterleib verlassen haben. In Psalm 139, Vers 16 im Alten Testament steht, deine Augen, Gott, sahen mich schon als ungeformten Keim. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten. Also die Kirche war immer gerufen, das menschliche Leben in allen Phasen zu beschützen. Und in den besonders vulnerablen, besonders verletzlichen Phasen am Anfang und am Ende natürlich erst recht. Die Naskituri, also das ist der juristische Ausdruck für die Embryos, die Naskituris und die Altgewordenen und die ganz Altgewordenen, deren aller Leben und Würde gilt es zu schützen. Und da sollte die Kirche Jesu Christi an vorderster Stelle dabei sein. Das ist ihr Auftrag von Anfang an. Aber zu unserem Kerngeschäft gehört es auch, Auskunft über die Ziellinie zu geben. Das kann man mit Recht von der Kirche, von den Christen erwarten. Der französische Schriftsteller Michel Houlebecq, geboren 1956, ist ja bekannt für seine kritischen und zum Teil aggressiven Thesen. Und man kann ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er die Leute langweilt. Schreibt immer mal wieder einen skandalträchtigen Roman, zuletzt den Roman vernichten, vor einiger Zeit den Roman unterwerfen. Also er belebt die Debatte. Er ist ein kritischer Geist. Und Houlebecq hat vor einiger Zeit in einem Interview mit dem Spiegel seine Erwartungen an die Kirche folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Er sagt, Zitat, die christlichen Kirchen sollten sich auf das Innere und die Ewigkeit konzentrieren und nicht auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Und weiter, sagt Houlebecq, die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Jeder Schriftsteller muss etwas zum Tod zu sagen haben. Zitat Ende. Und seine Forderung, ich will von der Kirche hier Hilfe haben und klare Ansage. Und genauso deutlich hat das der Journalist Jan Fleischhauer gesagt. Viele werden ihn noch vom Spiegel kennen. Inzwischen ist er beim Fokus gelandet. Und Fleischhauer hat vor einiger Zeit in einem Interview Folgendes gefordert. Nochmal Zitat. Wenn die Kirche den Erlösungshorizont immer weiter auf das Diesseits verschiebt, dann beraubt sie sich einer Kompetenz, die sie einzigartig gemacht hat, nämlich der Auskunftsfähigkeit über das Jenseits. Also Fleischhauer sagt, die eigentliche Kompetenz der Kirche sollte eine Auskunftsfähigkeit über das Jenseits sein. Und er fährt fort. Um die Umwelt kümmern sich auch andere. Aber eine Antwort auf die Frage, wie es denn aussieht mit Himmel und Hölle, die kann nur die Kirche geben, so der Journalist Jan Fleischhauer. Und wir fragen, wie kommt Fleischhauer darauf? Woher sollten wir als Kirche Jesu Christi diese, wie er das nennt, Auskunftsfähigkeit über das Jenseits besitzen? Wir können ja auch als Kirche nicht einfach in die Zukunft schauen. Wissen Sie, unser größtes Pfund ist dieses Buch. Unser größtes Pfund ist, dieses besondere Buch ist die Bibel, die von sich selbst behauptet, authentische, echte, zuverlässige Informationen über Gott zu liefern. Natürlich wurde dieses Buch von Menschen geschrieben über einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren hinweg. Aber diese Menschen haben alle beansprucht, im Auftrag Gottes zu reden. Und man kann das nachprüfen. Dieses Buch hat einiges vorzuweisen, was auch seine Glaubwürdigkeit stützt. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Die Archäologie ist ja noch eine ziemlich junge Wissenschaft. Aber je länger Sie forschen, umso mehr Funde, archäologische Funde gibt es, die beweisen, dass es die Orte wirklich gibt, über die auch das Alte Testament zum Beispiel berichtet. Dass der kulturelle Background sehr realistisch ist, den die Bibel schildert. Dann fällt auf, diese faszinierende Einheit, die sich durch die Bibel hindurchzieht, obwohl sie in einem so großen Zeitraum entstanden ist von so vielen verschiedenen Verfassern aufgeschrieben wurde. Der bedeutende deutsche Theologe Karl Heim hat einmal gesagt, das sei eigentlich schon der Beweis für die Göttlichkeit der Bibel. Dieser rote Faden, der sich durch die Zeiten hindurchzieht und der dieses ganze Buch gewissermaßen zusammenhält. Dann finden Sie in diesem Buch sehr nüchterne Vorhersagen, die nachprüfbar eingetroffen sind. Und nicht nur eine, sondern ganz viele. Ein Beispiel dafür ist etwa die Sammlung Israels in seinem Land, mit der bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts niemand mehr gerechnet hätte. Und am faszinierendsten in diesem Buch sind die Quellen über Jesus. Er, der Messias Israels. Über Jahrhunderte hinweg werden Ankündigungen gemacht, die alle den Messias betreffen, wo er geboren werden soll, wie er predigen wird, was er tun wird. Und alle diese Ansätze und Ankündigungen um die 300, meint man, gezählt zu haben, sie werden dann alle aufgenommen und erfüllt in einer Person. In der einen Person des Jesus Christus. Und trotzdem, seit 2000 Jahren wird die Bibel von Kritikern beargwöhnt, attackiert. und trotzdem ist es ihnen nicht gelungen, die Glaubwürdigkeit dieses Buches wirklich zu erschüttern. Wir können noch heute mit bestem Gewissen über diese Texte predigen und sie weitergeben. Ein Beispiel für diese Angriffe ist jetzt jüngst dieses Buch von Richard Dawkins 2021 erschienen unter dem Titel Atheismus für Anfänger. In diesem Buch behauptet Dawkins, ich zitiere das einfach mal, alles, was in den Evangelien steht, hat durch jahrzehntelange mündliche Überlieferung gelitten. Nach Art der stillen Post, also Sie wissen dieses Spiel, dass man dem Nachbarn etwas ins Ohr sagt, was der dann wieder ins Ohr seines Nachbarn sagt und so weiter. Nach Art der stillen Post, sagt Dawkins, kam es zu Verzerrungen und Übertreibungen, bevor die vier Texte, damit meint er die vier Evangelien, am Ende aufgeschrieben worden sind. Nun, was Dawkins hier schreibt, ist wirklich Atheismus für Anfänger, muss man sagen, für Fortgeschrittene würde das schon nicht mehr reichen. Denn was der Mann da behauptet, ist durch nichts bewiesen, durch überhaupt nichts. Im Gegenteil, haben wir ganz viele Indizien, ganz viele deutliche Hinweise und Belege, dass die Texte, gerade auch der Evangelien, schon sehr früh fixiert wurden. Lesen Sie dazu einfach mal den Prolog des Lukas-Evangeliums, wo Lukas genau und sehr reflektiert auch seine historische Vorgehensweise darstellt. Es ist viel zu wenig bekannt, das muss man auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass die Quellen des Neuen Testaments gerade auch in literar-historischer Hinsicht eine einmalige Qualität haben. Denken wir nur an die Anzahl der Manuskripte. Es gibt allein griechische Manuskripte von über 5.500. Also es ist literar-historisch geradezu sensationell. Wenn Sie das mal vergleichen, etwa mit Homer, gut, da gibt es immerhin noch 643. Von Tacitus, dem großen Historiker, haben Sie gerade mal 20 Manuskripte von Thucydides, acht, die erhalten sind. Und jetzt halten Sie das mal dagegen. 5.500 griechische Manuskripte, also immer wieder Abschriften des Neuen Testaments. Und was literar-historisch außerdem faszinierend ist, ist dieser relativ kurze Abstand zwischen dem Verfassen des Textes und den ältesten Abschriften, die wir davon erhalten haben. Auch das ist außergewöhnlich, wenn man antike Literatur miteinander vergleicht. Ich lese Ihnen einfach mal vor, was ein besonders guter Kenner dieser Materie, der Neu-Testamentler Frederick F. Bruce von der Universität Manchester dazu gesagt hat. Zitat. Wir haben viel mehr Unterlagen für die neutestamentlichen Schriften als für die meisten Schriften klassischer Autoren, deren Echtheit an Zuzweifeln niemandem einfallen würde. Wäre das Neue Testament eine Sammlung von weltlichen Schriften, so wäre seine Echtheit im Allgemeinen über allen Zweifel erhaben. Und Bruce fügt hinzu, es ist eine seltsame Tatsache, dass Historiker den neutestamentlichen Schriften oft viel bereitwilliger Vertrauen geschenkt haben als manche Theologen. Also wir haben sehr viele gute, starke Argumente für die Zuverlässigkeit dieser Quelle. Und wissen Sie, was der wichtigste Glaubwürdigkeitstest ist? Der wichtigste Glaubwürdigkeitstest, das sind die Berichte über die Auferstehung Jesu, über die Zeugen, die Berichte über das leere Grab, die Wirkungsgeschichte der Auferstehung, die aus ängstlichen Aposteln mutige Zeugen machte, die sogar bereit waren für diese Botschaft das Martyrium auf sich zu nehmen. Sie sterben nicht freiwillig für eine Botschaft, die sie selber erfunden haben. Aber der beste Weg, sich von der Glaubwürdigkeit der Bibel zu überzeugen, wissen Sie, der besteht darin, dass Sie einfach selber lesen. Das kann ich gar nicht deutlich genug Ihnen empfehlen. Nehmen Sie sich eine Bibel zur Hand, Sie werden schnell irgendwo eine finden und sei es in der nächsten Buchhandlung und fangen Sie am besten an, die Evangelien zu lesen und schauen Sie, ob Sie das Aroma der Wahrheit schmecken, das Ihnen aus diesen Zeilen gewissermaßen entgegenströmt. Es lohnt sich wirklich. Das wäre also zunächst meine Antwort auf die erste Frage. Die Frage nämlich nach der Auskunftsfähigkeit der Christen über die Ziellinie. Woher kann ich wissen, was nach der Ziellinie kommt? Woher? Meine Antwort ist aus den Quellen der zuverlässigen Bibel, die da einiges dazu zu bieten hat. Und ich darf Ihnen das als persönliche Erfahrung einfach nochmal gewissermaßen nachschieben. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahrzehnten wirklich professionell mit diesen Texten, auch in den Originalsprachen und in einem gründlichen Literaturstudium immer wieder. Und ich kann Ihnen nur persönlich sagen, je länger ich diese Texte studiere, umso überzeugter bin ich davon, dass sie wirklich absolut zuverlässig sind, auch in historischer Hinsicht. Bitte überzeugen Sie sich selbst und lesen Sie. Das ist also die erste Antwort. Woher kann ich wissen? Was kommt? Ich weiß es aus diesen Quellen. Und das führt uns dann zur zweiten Frage. Ja, wenn die Quellen stimmen, was erwartet mich dann hinter der Ziellinie? Was erwartet mich hinter der Ziellinie meines Lebensmarathons? Dieses Thema wird häufig in der Bibel behandelt. Und es gibt darauf immer wieder eine einmütige Antwort. Zusammengefasst zum Beispiel in einer neutestamentlichen Schrift im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, da sagt Gottes Wort, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Und der Apostel Paulus sagt das genauso. Vor der großen Kulisse dort in Athen bezeichnenderweise, auf dem Areopark, wo Paulus mit eingreift in den Diskurs der Philosophen in einer bestimmten Situation. Er diskutiert mit ihnen über den Sinn des Lebens, über die Existenz Gottes, über die existenziellen Konsequenzen für uns Menschen. Und dann kommt Paulus zu folgendem Ergebnis. Er berichtet, wie Gott in die Geschichte eingreift und sagt, dann in Apostelgeschichte 17, Vers 31, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckte. Also, gleiche Aussage. Gott wird alle Menschen richten. Er wird es tun durch die Person seines Sohnes, Jesus Christus. Und dessen Autorität ist dadurch belegt, dass er real von den Toten auferstand. Haben Sie es gemerkt? Hier spricht Paulus genau das Thema an, das Uhlbeck gefordert hat, nämlich Ewigkeit. Was kommt in der Ewigkeit? Was kommt, wenn diese Zeit und zunächst die Zeit meines Lebens abgelaufen ist? Und Paulus sagt, es wird eine letzte Bestandsaufnahme geben. Diese Bestandsaufnahme wird fair sein, unbestechlich, transparent und umfassend. Eine letzte Bestandnahme ihres Lebens und meines Lebens. und hier kommt dann die Frage ins Spiel, die Fleischhauer mit den Begriffen Himmel und Hölle benannt hat. Ja, es wird einen doppelten Ausgang geben, sagt die Bibel durchgängig. In dem Sinne eben Himmel und Hölle. Und wissen Sie, wer das am drastischsten beschrieben hat? Jesus Christus. In der berühmten Bergpredigt sagt Jesus zum Beispiel in Kapitel 7 Abvers 13 geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Und wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Jesus sagt, es gibt zwei Wege, die zu zwei völlig entgegengesetzten Zielen führen. Himmel oder Hölle, ewiges Leben oder ewige Verlorenheit, das heißt ewige Existenz in Trennung von Gott, in furchtbarer, auch als schrecklich empfundener Gottesferne. Aus diesem Leben heraus gibt es also zwei Wege, das kommt hinter der Ziellinie. Dann werden sich zwei Wege gewissermaßen öffnen, aber welchen wir dann zu Ende gehen, das entscheidet sich vorher, wie Jesus hier deutlich macht. Verstehen Sie, wir haben uns angewöhnt, so landläufig den Tod und damit diese Ziellinie als großen Gleichmacher zu verstehen. Nach dem Motto, das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Natürlich, in dieser Hinsicht sind wir alle zwangsläufig Finisher, wenn Sie so wollen. Wir alle müssen rüber über diese Ziellinie, aber es geht ja jetzt um das danach. Wenn ein Meinungsforschungsinstitut die Leute befragen wollte, was erwarten Sie? Dann müsste es mindestens diese Lösungen anbieten. Vielleicht könnte man ankreuzen, alles vorbei. Eine Meinung. Die nächste Meinung, das nächste Kästchen, was Sie ankreuzen können, alles gut für alle. Die einen kreuzen dann alles vorbei und die anderen kreuzen dann alles gut für alle. Und dann wird es eine dritte Kategorie geben, die man ankreuzen kann. Da steht, doppelter Ausgang, je nach Moral. Und in der Selbstbewertung, also doppelter Ausgang, je nach Moral, da würden sich sicherlich die meisten der Befragten auf der Seite der Guten einordnen und sagen, ja, ich habe ja nicht so viel schrecklich Böses getan, ich habe hier und da mal eine Spende abgedrückt, habe mich einigermaßen ordentlich verhalten als Mitglied der Gesellschaft. Also doppelter Ausgang, je nach Moral, ich bin auf der Seite der Guten. Wenn es Gott gibt, wird das mit ihm irgendwie klar gehen. Wissen Sie, das war auch die Position des Apostel Paulus. Und er sagt das ganz offen, wenige Verse vor der bereits zitierten Stelle in Philippa 3, da sagt der Apostel Paulus das mit folgendem Wort, wie er früher drauf war. Kapitel 3, Vers 5, da sagt er, ich war am achten Tag beschnitten aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer, von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, das waren die Leute, die besonders streng gewesen sind, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde und nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untatlich gewesen. Also Paulus klopft sich einmal kräftig auf die religiöse Schulter und sagt, ich war eigentlich ein guter Mensch, sogar ein guter religiöser Mensch. Und wissen Sie, genau aus dem Grund hat Paulus die Christen verfolgt. Er sagt das ja auch einem Verfolger der Gemeinde. Warum? Weil Paulus Jesus für einen Scharlatan hielt. Weil Paulus Jesus für einen hielt, der die Moral kaputt macht. Denn was hatte Jesus verkündet? Jesus hatte verkündet und die Jünger nahmen das auf, dass kein Mensch es schaffen würde, mit seiner Moral, mit einem ordentlichen Leben vor Gott zu bestehen. Keiner würde das hinkriegen, was wir so landläufig ein gutes Leben nennen. Das hatte Jesus deutlich gemacht. Und wissen Sie, damit hatte Jesus genau das angegriffen, was Paulus bis dahin unter Religion verstanden hatte. Paulus hatte gedacht, ich habe meine Religion, ich halte mich an die Regeln, ich bete einigermaßen regelmäßig, ich denke an Gott und ich kriege das schon hin. So hatte Paulus sich selber gesehen. Und natürlich war ihm das bitter aufgestoßen, was Jesus sagte, dass kein Mensch auf diese Weise wirklich mit Gott klarkommt. Und dann hatte Jesus noch gezeigt, wie leicht jene, die sich auf ihre Moral verlassen, zu heuchlern werden, weil sie vor sich selbst und auch vor den anderen immer wieder beweisen müssen, dass sie doch eigentlich ziemlich gut sind. Und dann kam die Kreuzigung und da hatte Paulus das Problem Jesus wahrscheinlich für erledigt gehalten und war dann umso entsetzter gewesen, dass die christliche Mission nach der Kreuzigung eine noch viel größere Dynamik entwickelte, was natürlich an der Auferstehung Jesu lag, die Paulus aber zunächst nicht glaubte. Und so wütete Paulus gegen die Christen. Er wütet gegen sie, er versucht, diese Scharlatanerie im Keim zu ersticken, den Christen den Garaus zu machen und ihre Botschaft zum Verstummen zu bringen. So hat er es später selber berichtet. Bis zu jenem Tag, als Gott in diesen Luftballon seiner Religion hineinstach. Diesen Luftballon, den Paulus mit seinem moralischen Selbstbewusstsein aufgeblasen hatte, mit dem er vor sich selbst immer wieder innerlich sehr zufrieden war und sehr stolz war. Und plötzlich verstand Paulus und das hat bei ihm diesen Umbruch bewirkt, und er hat das an mehreren Stellen im Neuen Testament dann auch beschrieben. Plötzlich verstand Paulus eines und es ist auch für uns entscheidend, dass wir das verstehen. Er verstand, dass Gott heilig ist. Er verstand, dass man mit Gott nicht spielen kann. Er verstand, dass wenn Gott Gott ist, dass er dann jemand ist, den wir als normale Menschen fürchten müssen. Das genaue Gegenteil von harmlos, das genaue Gegenteil von einfach mal lieb und gütig und er kriegt schon immer irgendwie hin. Sondern er ist heilig, er ist vollkommen, er ist wahr. Ja, er ist voller Liebe, aber er ist immer auch hundertprozentig gerecht und wahr. Und ernst zu nehmen und ernst zu nehmen, darum auch dieses Doppelgebot, das Jesus formuliert hatte und das er uns vorhält wie ein Spiegel, was eigentlich ein angemessenes Verhältnis diesem heiligen Gott gegenüber wäre. Du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Verstehen Sie, das ist der Anspruch. Das ist der Anspruch eines heiligen Gottes, wenn wir vor dem einfach so bestehen wollen. Und wenn ich mein Leben in diesem Spiegel betrachte, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Also ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht und wie sie sind, aber mich braucht dann niemand mehr zu überzeugen davon, dass ich ein Sünder bin. Das merke ich dann schon. Und Paulus merkte das. Und als er das begriff, da kam es bei ihm zu diesem persönlichen Umsturz. Und er beschreibt diesen Umsturz auch. Hier in Philippa 3, in unserem Kapitel, in Vers 8, da sagt Paulus, nachdem er das kapiert hatte, im Hinblick auf seine frühere Moral und auf seine früheren religiösen Verdienste, Zitat, ich erachte es, alles für Schaden, worauf ich damals so stolz war. Und dann sagt er weiter, mir ist es alles Schaden geworden und ich achte es für Dreck. Verstehen Sie, seine ganze Moral glitt ihm wie Dreck durch die Finger. Und das Wort für Dreck, was da im Griechischen steht, ist eigentlich noch schlimmer. Es heißt mich kot. Und Paulus kann gar nicht drastisch genug reden, um deutlich zu machen, was er jetzt von seiner früheren Moral hält, nämlich gar nichts. Er hatte das damals ehrlich gemeint eine Zeit lang. Er hatte sich damit beruhigt und er glaubte, sich zu Recht damit zu beruhigen. Und als Gott in diesen Luftballon rein stach, als Paulus plötzlich kapierte, ich stehe vor einem heiligen Gott, mit dem ich nicht spielen kann, da zerrann ihm dieser ganze Dreck zwischen den Fingern und es blieb nichts mehr übrig. Und Paulus merkte plötzlich, ich bin nicht nur Gott unendlich viel schuldig geblieben, sondern ich bin dadurch auch zu einer wandelnden Gefahr für meine Mitmenschen geworden, durch meine Lieblosigkeit, durch meinen Egoismus und ja, er war auch noch zu einer besonderen Gefahr für die Christen geworden. Und das hat er kapiert. Und jetzt verstand Paulus, was Jesus in der Bergpredigt gemeint hatte, als Jesus sagte, jeder, jeder wird sich einmal vor Gottes Gericht verantworten müssen. Sie genauso wie ich, wie Paulus. Und wenn wir uns dann auf ein bisschen Moral verlassen wollen, auf unsere Menschlichkeit, wie wir das nennen, oder auch nur darauf, dass wir nicht allzu viel Schlimmes getan haben, der wird merken, dass von all dem in Gottes Gericht nicht mehr viel übrig bleibt. Und damit stehen wir vor der entscheidenden, vor der dritten Frage. Und diese dritte Frage heißt, wie kann ich bestehen? Wie kann ich bestehen in diesem Gericht, das mich hinter der Ziellinie erwartet? Die erste Frage lautete ja, woher kann ich wissen, was kommt? Da hatten wir auf die Bibel verwiesen. Die zweite Frage, was erwartet mich danach? Eben dieser doppelte Ausgang und dieses Gericht vor einem heiligen Gott. Und jetzt ist die entscheidende Frage, die sich daraus zwingend ergibt, wie kann ich bestehen? Wie kann ich normaler Mensch bestehen in diesem Gericht, das mich hinter der Ziellinie erwartet? Viele von Ihnen werden Eric Little kennen. Es gibt einen recht authentischen Film über ihn, der vor vielen Jahren mal sehr verbreitet war, die Stunde des Siegers. Eric Little wurde Olympiasieger in Paris über 400 Meter. 1924 war das. Und ging dann später als Missionar nach China. Und einmal hat er vor Journalisten über das Ziel seines Lebens geredet. Und folgendes gesagt, Zitat, Eric Little. Ja, es war eine großartige Erfahrung, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, 1924, und eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Und dann hat er hinzugefügt, aber seit ich ein junger Kerl bin, und damit spielt er darauf an, dass er sich schon als junger Mensch zu Jesus Christus bekehrt hat, dass er Christ geworden war. Seit ich ein junger Kerl bin, sagt er, habe ich meine Augen auf einen anderen Preis gerichtet. Sehen Sie, jeder von uns ist in einem größeren Rennen als alle Rennen, die ich in Paris gelaufen bin. Und dieses Rennen endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Jeder von uns ist in einem größeren Rennen und das endet, wenn Gott die Medaillen vergibt. Ja, Little hat seinen Erfolg von Paris sicher genossen, aber er hat sich nicht davon blenden lassen. Wie lange hält das? Sie waren mal die Heroes. Sie waren wirklich exzellent. Aber ich denke, keiner von uns will heute mehr mit Michael Schumacher, dem Formel-1-König oder mit Boris Becker, dem Tennisheld, tauschen. Der eine schwer krank, der andere zum Halbkriminellen geworden. Keiner von uns will mit einem von denen tauschen. Und das zeigt nochmal, unser Leben ist so viel mehr. Und es hat von seinem Schöpfer eine ewige Bedeutung bekommen. Das hat Paulus ja auch hier in Philippa 3, Vers 14 gesagt. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel der himmlischen Berufung. Also Paulus sagt, Gott hat für uns etwas Höheres vor mit uns. Er hat eine himmlische Berufung für uns vorgesehen. Wir sollen nicht einfach nur auf diesen kurzen 42,195 Kilometern unser ganzes Leben gewissermaßen bestreiten. Es kommt etwas nach dieser Ziellinie. Und darum ist es die wichtigste Frage, die wir zum Schluss klären müssen, wie wir eben in dem Gericht Gottes hinter dieser Ziellinie bestehen können, was aus unserer Ewigkeit wird. Und da lässt Gottes Urkunde keine Frage offen. Paulus liefert uns die Antwort. Für ihn gilt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Und das Entscheidende ist hier das Letzte, was er sagt. Ich jage nach dieser himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das heißt, auf ihn kommt es an. Es kommt darauf an, dass ich diesen Christus Jesus finde. Es ist diese eine einzige Person, von der mein Schicksal am Ende abhängt. Und dieser Jesus ist nicht in erster Linie unser Lehrer, sondern er ist unser Retter. Was Jesus getan hat für uns, das hatte Paulus im Kapitel davor beschrieben. Philippa 2, Vers 7 und 8, da hat er gesagt, Jesus hat sich für uns erniedrigt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Jesus ist am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Das ist die Kernmessage des ganzen Neuen Testaments. Warum hat er das gemacht? Er, obwohl er der Unschuldige, der Sündlose war, er hat bezahlt. Er hat mit seinem Leben bezahlt für unsere Schuld. Er hat bezahlt, was wir nicht selber bezahlen konnten. Er hat das auf sich genommen, was wir verdient hätten vor einem heiligen Gott. Denn Gott muss Schuld bestrafen. Verstehen Sie, Gott ist heilig. Und wenn Gott Gott bleiben will, dann kann Gott nicht einfach Fünfe gerade sein lassen und über Schuld und Gottlosigkeit hinwegsehen. Es muss geklärt werden. Und wenn Gott uns das gegeben hätte, was wir verdient hätten, dann hätte uns das auf ewig in die Hölle geworfen. Dann hätten wir wirklich keine Chance gehabt. Und die einzige Chance für uns war, dass er alles auf seinen geliebten Sohn Jesus Christus draufgeladen hat. Und dass Jesus deswegen auf diese Welt gekommen ist, um einer von uns zu werden und unsere Schuld zu tragen und unsere verdiente Strafe auf sich zu nehmen. Verstehen Sie, das ist die Mitte des christlichen Glaubens. Wenn Sie Christentum erklären wollen, müssen Sie erklären, was am Kreuz geschah. Und beglaubigt wurde das alles dadurch, dass Jesus dann nicht mal 48 Stunden später real von den Toten auferstanden ist. Dass er diese grauenvolle Macht des Todes wirklich souverän besiegt hat. Und dass wir deswegen alle wissen dürfen, es ist wahr, was er sagte über sein Kreuz. Es ist gültig, dass er dort unsere Strafe trug. Und dadurch, dadurch ist Jesus die einzige, aber auch die völlig ausreichende Anlaufstelle geworden, wo mein Leben vor Gott in Ordnung kommt, wo meine Schuld vergeben werden kann. Meine ganz persönliche Schuld, mit der ich sonst vor diesem heiligen Gott keine Chance hätte. Und so gibt es eine definitive Antwort auf die Frage, wie ich als begrenzter, sündiger Mensch in Gottes Gericht, was jenseits dieser Ziellinie kommt, wie ich bestehen kann, wie ich gerettet werde, wie ich auf die richtige Seite komme, wie ich einmal auf ewig dabei sein darf in seinem herrlichen Reich, allein durch Jesus Christus. Und verstehen Sie, darauf beruht unsere Auskunftsfähigkeit über die Frage von Himmel und Hölle. Also Fleischhauers Frage kann ganz eindeutig beantwortet werden. Am Kreuz von Jesus Christus. Und wissen Sie, darum freue ich mich jetzt auf Ostern in wenigen Tagen, weil wir da ja besonders intensiv über dieses wichtigste Ereignis noch mal weiter reden werden und die Quellen studieren, als Jesus seine Macht bewiesen hat in der Auferstehung. Aber wir, wir müssen uns jetzt dazu verhalten. Wir müssen darauf reagieren, jeder von uns, so oder so. Das ist eine Notwendigkeit. Eine Notwendigkeit, der sich jeder Mensch gegenüber sieht, der sich niemand entziehen kann. Das geht alle an. Egal für wie religiös oder nicht religiös jemand sich hält, das spielt keine Rolle. Diese Frage geht alle an, ob wir es wissen wollen oder nicht. Denn die Ziellinie kommt für jeden, das ist ja offensichtlich. Und dann, dann kommt alles darauf an, ob wir diese Ziellinie mit Jesus oder ohne Jesus überqueren. Und das stellt uns heute schon in die Entscheidung und zwar Jesus gegenüber. Sie müssen sich entscheiden, genauso wie ich mich entscheiden musste. Sie müssen sich entscheiden, ob sie seine Diagnose ihres Lebens akzeptieren. Ob sie das zugeben und sagen, ja, es ist wahr, wenn ich alleine mit meiner Lebensbilanz vor diesen Gott treten müsste, dann hätte ich keine Chance. Das müssen sie klären, ob sie bereit sind, diesem Urteil Gottes zuzustimmen und ob sie dann diese Rettungschance, die er ihnen geschenkt hat, in Jesus, ob sie diesen Sohn Gottes als ihren einzigen Retter anrufen wollen, ob sie um sein Erbarmen, um seine Vergebung bitten wollen. Sie müssen keine religiösen Leistungen erbringen, es wäre sowieso zu wenig. Sie müssen keine Rituale durchlaufen, das würde nichts bringen. Sie müssen allein in ihrem Herzen ehrlich sein vor diesem Allmächtigen Gott, der ihre Gebete hört und der versprochen hat zu hören, wenn sie zu ihm kommen und ihm das sagen, dass sie es bisher nicht so gesehen haben, dass ihnen nicht klar war, in welcher prekären Situation sie vor diesem Heiligen Gott stehen, aber dass sie ihm Recht geben und dass sie ihm danken, dass er Jesus das für sie getan hat, dass als er dort am Kreuz starb, auch ihre Sünde gewissermaßen mit abgerechnet wurde und dass sie ihn jetzt von Herzen darum bitten, ihnen alles zu vergeben. Er wird es tun, weil er es versprochen hat und an Paulus sehen sie, wenn einer so zu Jesus kommt, dann wird sein ganzes Leben gepackt. Studieren Sie mal die Apostelgeschichte dazu. Da wird das sehr deutlich. Wissen Sie, wer das große Ziel seines Lebens fest in den Blick bekommt, das wirklich große Ziel, auf ewig bei Gott zu sein, dort wo wir ihn für immer ehren werden, dort wo es keine Tränen mehr geben wird, wie Gott versprochen hat, und keinen Tod und keine Abschiede, dort wo all jene mit dabei sein werden, die sich auch auf Jesus verlassen haben. Wenn wir das in den Sondern im Gegenteil, der wird den Rest der Marathonstrecke, die er noch zu laufen hat, umso entschlossener laufen, umso dankbarer und fröhlicher ganz bestimmt. Und der wird alles tun, um diesem Jesus zu dienen und auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es eine definitive Antwort gibt auf die Fragen, die Ulbeck und Fleischhauer gestellt haben. Wir hatten vorhin überlegt, damit komme ich zum Schluss, wie viele Möglichkeiten es wohl geben könnte, jenseits der Ziellinie. Alles aus, alles gut. Nein, am Ende bleiben nur diese beiden Möglichkeiten übrig. Himmel oder Hölle, mit Jesus oder ohne ihn. Der Marathon deines Lebens wird definitiv an einem dieser beiden Ziele enden. Es gibt genügend Berichte darüber, wie man sich beim Marathon auch mal verlaufen kann. Ich weiß nicht, ob das heute in Hannover passiert ist. Man kann sich verlaufen, weil man eine Getränkestation verpasst, weil man aus Versehen die falsche Abzweigung nimmt oder weil ein Streckenposten nicht aufgepasst hat und ein falsches Signal gibt. Aber solange das Rennen läuft, kannst du immer noch die Kurve kriegen. Und deshalb schließe ich mit mit einem bekannten Mann dem Gott diese Gnade gewährt hat und den viele von uns noch mit Namen kennen werden. Vor drei Jahren 2020 starb Hans-Jochen Vogel. Vogel war SPD-Vorsitzender nach Willy Brandt, lange Jahre Justizminister der Bundesrepublik. Er starb mit 94 Jahren. Kurz vor seinem 90. Geburtstag wollte Jochen Vogel noch ein Interview geben. Und so bat er 2015 den Journalisten Peter Hane mit Kamerateam in sein Altenheim zu kommen. Hane damals noch beim ZDF. Und Hane hat später davon berichtet und er sagt, er staunte nicht schlecht, als dieser Politprofi betonte, Zitat, das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Hane war erstaunt, denn er wusste ja, Vogel war nicht immer Christ gewesen. Aber zwei Menschen hatten sein altes Denken ins Wanken gebracht. Das eine war einer seiner Leibwächter, der war überzeugter Christ, der hat all das geglaubt, was ich versucht habe darzulegen und der andere war der Verleger Friedrich Henssler, den ich auch selbst noch kennenlernen durfte. Henssler hielt eine Zeit lang im kleineren Kreis in Berlin Andachten für Politiker und Vogel war fasziniert. Er sagt über Friedrich Henssler, dieser Mann glaubt an alles, was in der Bibel steht. Er erzählt die Geschichten mit Humor, aber mit einem heiligen Ernst. So etwas habe ich noch nie gehört. Dadurch hat Hans-Jochen Vogel zu Jesus Christus gefunden. Peter Hane erzählt, über die politischen Dinge sprach er nur noch kurz, aber ein brandaktuelles Thema lag ihm am Herzen. Er sprach sich vehement gegen jegliche Form von Sterbehilfe aus. Das sei eine Sache Gottes und nicht des Menschen zu entscheiden, wie lange ein Leben wird. Und dann zum Schluss das persönliche Bekenntnis. Vogel sagte, er habe eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen. Leider ist zu spät. Er würde jetzt vieles anders machen. Und er würde jetzt bei jeder Entscheidung immer fragen, was würde Jesus jetzt tun oder sagen? Und schließlich Hane, natürlich lag die Frage bei einem 90-Jährigen auf der Hand, haben sie Angst vor dem Tod? Ein energisches Nein. Mit der knappen Begründung, seit er Jesus kenne, habe er keine Angst mehr davor. Das Ziel im Blick, was ist dein Ziel? Herr Jesus Christus, wir uns an dich wenden können und das, was du damals am Kreuz erlitten hast, als du für unsere Schuld gestorben bist, dass das bis heute gilt. Danke, dass wir immer noch zu dir kommen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du lebst, weil du auferstanden bist. Herr, danke, dass du uns rufst, dass du auf uns wartest und dass wer zu dir kommt, dass du den nicht wegschicken wirst. Nie. Amen.